Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Vanfield und begrüße euch zu der allerersten Folge von Not a Hero Chris Story, wie ihr sehen könnt. Es geht ganz klar hier um Resident Evil 7, ein Zusatzinhalt, was seit heute jetzt erhältlich ist. Ich mache mich gleich an den allerersten Part ran. Wenn ihr wissen wollt, was euch hier erwartet, ich habe ja ein kleines Einführungsvideo gemacht gehabt, eine kleine Ankündigung, das könnt ihr euch jetzt gleich anschauen, ich werde es hier gleich verlinken. Und ihr seht es in VR, ich weiß, dass die Qualität sehr, sehr gering sein muss, auch für die Leute, die es jetzt so sehen. Und einige Blickwinkel werden sicherlich verwirrend für euch erscheinen. Ich würde es trotzdem sehr gerne zum allerersten Mal in VR spielen wollen, deswegen halt jetzt die, ich sag mal, miserable Qualität anhand der VR-Rolle. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir werden Spaß haben. Ich hatte jetzt das Spiel und auf jeden Fall wird dann später noch eine Version folgen, in der es nochmal grafisch besser zugeht, also ohne die VR-Brille. Ich würde sagen, lasst uns jetzt Spaß haben und uns auf die Jagd nach Lucas begeben. Ich würde es gerne sagen, lasst uns auf jeden Fall sehen, dass wir uns auf jeden Fall sehen. Starten wir das neue Spiel, legen gleich los. Musik gefällt mir schon mal, soweit. Und ich werde es gleich auf normal spielen. Operation lauernde Furcht. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSRE viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen Karriere überwunden. Jetzt hat Umbrella, wiedergeboren als privates Militärunternehmen, seine Hilfe für die... Hallo? Ist es bereit? Können wir beginnen? Ich kann es nicht helfen, Mann. Wir haben viel Arbeit zu tun. Musik 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 Okay, ich bin in der Mine. Signal ist stark. Du kommst durch laut und klar, Chris. Wir haben nicht viel von der ersten Units, bevor wir uns in Kontakt haben. Aber wahrscheinlich hat Lucas die Mine in seinen eigenen persönlichen Husten geblieben. Wie viele Männer haben wir verloren? Drei unserer Besten. Der letzte Transmission war in einem Lab, der nur vorhanden ist. Ich brauche euch, um es zu sehen. Entschuldigung. Viel zu lange habe ich auf diesen Moment gewartet und es geht endlich los. Was freue ich mich, ehrlich. So, Chris, alter Junge. Was haben wir denn hier? Links ein Messer? Sehr schön. Wie meine Quelle schon zuvor verraten hatte, gibt es hier zwei Einstellungsmöglichkeiten. Zack. Ich denke mal, die eine ist für einen Angriff da, die andere als Verteidigung. Zack. Sehr schön. Wir haben hier Thor's Hammer, die Überschrot-Waffe. Was haben wir denn hier? Einsatzbesprechung-Dokument. Ein Dokument, das die Operation laudende Furcht beschreibt. Muss man es mal uns anschauen. Operation laudende Furcht. Missionsziel extrahieren Sie Lucas Baker. Ort. Dalvi, Louisiana, USA. Baker-Anwesen. Gefahrenprofil. Moldet. Alpha-Variante. Andere Antipersonen fallen teilweise tödlich. Hinweise. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten nun bekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neues Info zum Einsatzort, neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker. Mutmaßlicher Mitarbeiter der Kriminalorganisation, die Connections-Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Profil, die Connections. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Series Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Berichte zu erstatten. Cool. Sehr schön. Okay. Was haben wir jetzt hier? Umbrella's Ziele. Ein Brief der Umbrella's neue Ziele erläutert. Sehr schön anzusehen. So. Für viele von ihnen ist diese ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von den berüchtigten Farbmarisen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Ja, Mist gebaut ist noch nett gesagt. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir ihr Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Roger. Okay, dann muss ich erstmal nochmal hier auf die Steuerung klarkommen. So. So, Lukas, dann komm mal raus aus dem Versteck. Also ich merke schon, dass sich Chris viel leichter steuert, viel schneller rennt als Ethan. Ist ja klar. Das ist ja unser Elite-Homie. Die Atmosphäre ist hier in der Mine immer noch bombast. Sieht ein bisschen, hier sieht es auf jeden Fall ein bisschen drüber aus, als ob ich so eine Art Dunstnebel ist. Komm schon der Erste. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Super. Kommt schon der Nächste. Okay. Okay. Hier scheint nicht zu sein. Also ich wollte mir noch was anschauen. Samurai Edge. Albert Wesker Modell 01. Eine spezielle für die Vernichtung von Biowaffen-konstellierte Pistole. Albert Wesker Modell. Verfiegt über enorme Schusskraft. Toss Hammer. Albert Wesker Modell 0.2. Eine für die Vernichtung von Biowaffen-konstellierte halbautomatische Flinte. Albert Wesker Modell. Verfiegt über enorme Schusskraft. Okay. Rechts sind die Granaten. Noch mal. Muss ich mir auf jeden Fall mal merken, im Kopf behalten. Wow. Okay. Mal schnitt zurück. Nicht der. Stoppst du jetzt mal? Danke. Interessant, dass die Gegner hier sind. Wir haben hier keine Munition fallen lassen. Aber okay. Das Lab ist nur vor. Hast du eine Idee, was Lukas hier vorliegt? Wir analysieren die Daten. Aber es sieht aus, dass er Experimente mit einem E-Type-Munomycet. Wir hoffen, dass diese Männer nicht ein Teil dieser Experimente geworden sind. Der ursprüngliche Resident Evil 5 Dark Side Chronicles als auch Resident Evil 6 Synchronsprecher leider nicht mehr hier an der ganzen Sache mitgewirkt hat. Ich fand ihn als Chris Perfekt. Er war für mich Chris Vetfield. Aber je öfter ich jetzt hier die neue Synchronsprecher von Chris Vetfield höre, so mehr gefällt es mir auch. Also man merkt, dass sich der Synchronsprecher ein bisschen Mühe gegeben hat, sich so ähnlich wie Roger Craig Smith anzuhören. Klar kein Vergleich zu Roger, aber mein Gott. Jetzt hat der Capcom gut drauf, Synchronsprecher irgendwie fast gleich klingen zu lassen. Oder identisch. Okay. Ich hab die Steuerung so eingestellt, das wird für euch so ein bisschen verwirrend sein, ne, dieses schnelle Links und Rechts gegucke. Ist für mich einfacher zu händen das Ganze. So. So. Ja. So. 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 Das wird nicht passieren. Oh, ich würde das nicht machen, wenn ich dich wäre. Du kannst das alles wegnehmen, aber ich würde sagen, dass ich meine Hand schlafen und... Lukas! Oops. Hier ist es, Chris. Du gehst nicht mit mir, und ich werde deine Hände aus dem Schlafen. Das ist auch für deine kleine Soldaten, auch. Tschüss. Adios. Möchachos. Fuck. Ich habe die Airborne sporen. Das ist die E-Type Mutamycete. Deine Maske wird automatisch auf die Rebreder-Mode gewechselt. Schau mal auf deine Oxygen-Tank, um sicher zu sein. Okay, krass. Die Oxygen-Tank ist bei 50 Prozent. Die Oxygen-Tank ist bei 50 Prozent. Chris! Komm in! Chris! Äh... Okay. Wir können einen sicheren Bereich erreichen. Klar. Ich bin dir raus. Ich bin mir weg. Es ist zu lange. Wir sind beide raus. Ich habe eine Nachfrage für dich. Was? Das wird nicht passieren. Ich würde das machen, wenn ich dich wäre. Das war's für dich. Jetzt kannst du das alles wegnehmen. Aber ich würde sagen, dass meine Hände schlafen und... Lukas! Oh! Oops. Jetzt hier ist es, Chris. Du gehst mir nicht, und ich schlafen deine Hände aus dem Boden. Und das ist auch für deine kleine Soldaten-Frienden. Adios. Was für ein Frick, ey. Jetzt wollen wir hier ganz schnell raus. Es sieht aus, wie du klar bist. Du solltest zurückgehen und die Bombe auf deaktiviert werden. Keine Zeit. Ich will nicht diesen Scheinen einen Start geben. Entstanden. Nur bemerkt. So, liegt hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Ah, die Anzeige sinkt so schnell runter, das ist übel. Aber hier scheint nichts Wichtiges zu sein. Okay. Und wieder raus. Das ist ein cooles Element, wie ich finde. Ich habe schon damals gewusst gehabt. Diese Tür war mir schon zu auffällig gewesen, als ich mit Ethan hier gewesen bin. Ich habe da schon teilweise Feuer gesackert. Okay. Jetzt ein ganz neues Areal hier. Wow. So, wo geht es jetzt hier raus? Was? Your oxygen tank is at 50%. Your oxygen tank is at 50%. Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit them? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult. And to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we've been incorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure. Whatever. Whatever. Haha, that's the Christian I know. Wahnsinn. Cool. Very cool. So. Wow. It's a very dark in VR, though. Leider. Ich kann the Helligkeits-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh. Das ist ein sehr großer Nachteil hier, wenn man in Feuer spielt. Okay. Noch nicht ganz, oh cool, wir können hier spechern. Das ist ja wieder cool, die Mützen gibt es hier also auch, sehr schön. Okay Freunde, da wir jetzt hier auch speichern können, würde ich sagen, war es das mit dem allerersten Part zu Not A Hero und unserem guten alten Freund Chris Vetfield. Und ich würde dann sagen, wir hören uns in der zweiten Episode wieder. Ich bin der Chris Vetfield, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Bis dann, ciao, ciao. 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 Ciao.